Hallo, ich bin Nico von der Kunstschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 261, dem Kunstmarketing-Podcast, mit dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts möchte ich ansprechen, wie du keine Angst mehr davor haben musst, dich selbst als Künstler oder Künstlerin zu sehen, aber auch nach außen zu präsentieren. Man fühlt sich auch manchmal irgendwie wie so ein Betrüger, man kennt das ja, weil irgendwie jeder von sich selbst sagen könnte, er sei Künstler, einen schönen Hut auf, ein bisschen Farbe auf die Klamotten und zack, ich bin Künstler. Man fühlt sich irgendwie nicht bereit und kann irgendwie nur das negative Feedback so erahnen. Wie geht man mit diesen Gefühlen um? Wie kann man sich selbst das Selbstbild eines Künstlers anziehen, damit man sich auch selbst nicht weiterhin sabotiert? Weil Hobbykünstler bleiben Hobbykünstler, wenn sie sich selbst als solche begreifen und werden natürlich den Dingen entgegenwirken, die sie weiterbringen würden. Richtige Künstler sind Profis und führen ein Unternehmen. Also werde ich dir heute ein bisschen etwas darüber erzählen, wie ein Vollzeitkünstler denkt oder idealerweise denken sollte und welche Erkenntnisse ich auch selbst aus meiner Selbstständigkeit ziehen konnte. Und dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, endlich Profi zu werden und deine Kunst mit einem guten Gefühl auch der Welt zu präsentieren. Weil es ist irgendwo auch deine moralische Pflicht, denjenigen, die du als Traumkunden definiert hast, deine Kunst zu präsentieren, damit sie daran auch eine Freude haben. Über Generationen hinweg im besten Fall. Und du merkst also, heute geht es ein bisschen mehr um Mindset. Ich habe so viele Anfragen bekommen jetzt schon wieder. Mach doch ein bisschen was zum Mindset. Und ich hatte eigentlich keinen Bock drauf, weil ich will nicht so ein Tony Robbins abklatscht sein. Aber das sind halt Themen, die wichtig sind. Und am Ende habe ich mir gedacht, gibt es noch einen kleinen Bonus obendrauf. Und zwar eine Technik, mit der du dich kinderleicht auf Erfolg programmierst, ohne komplexe Vision Boards oder Affirmationen zu bauen. Und diese Technik, du wirst es kaum glauben, die ist so einfach. Du wirst dir denken, das funktioniert nie. Aber wenn du mindestens 30 Tage das Ding durchziehst, dann wirst du diese einfache Technik zu deinem lebenslangen Begleiter werden lassen. Das hört sich doch schon mal ganz interessant an. Hoffe ich zumindest. Also sei gespannt auf diese Episode. Es wird spannend. Aber bevor ich es vergesse, an der Stelle einen kurzen Shoutout an die Akademie-Mitglieder. Denn unsere nächsten Social Call Events stehen jetzt schon wieder an. Also morgen am 14.07. um 17.30 Uhr findet der Norddeutschland Social Call statt. Am 21.07. also die Woche drauf am Donnerstag um 17.30 Uhr der Social Call für Naturmalerei. Und am 28.07. also auch die Woche drauf am Donnerstag um 17.30 Uhr wieder der Social Call für spirituelle Kunst. Also wenn du dich einer dieser Themen zugehörig fühlst, dann melde dich jetzt noch schnell an. Die Plätze sind begrenzt. Du kennst dich aus. Mehr dazu in der Community. So, zurück zu dir wieder. Falls du nicht Akademie-Mitglied sein solltest. Mehr dazu erfährst du natürlich auf ikunstschmiede.de. Dazu vielleicht später mehr. Aber es geht hier um die Angst, sich als Künstler zu bezeichnen. Das war ja das Thema. Und um ehrlich zu sein, diese Angst ist ja auch nicht ganz ungerechtfertigt. Die meisten geben sich kaum Mühe, ihre Arbeit professionell zu erledigen, verlässlich zu sein und stetig höhere Qualität zu liefern. Das ist halt einfach nicht so da. Man malt halt, was einem so einfällt. Hier ausprobieren, da ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, ist ja auch nicht schlimm. Weil wenn es dir aber wirklich wichtig wäre, dann ist diese Denke eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Wenn es nicht klappt, dann passt Zeit. Man schafft sich Schlupflöcher, durch die man flüchtet, wenn die Herausforderungen dann zu anstrengend werden. Weißt du, selbstständig zu sein, ist keine Sache, die man einfach so ausprobiert. Man kann es schon ausprobieren, aber das führt halt zu nichts. Sondern es ist etwas, die man sich voll und ganz hingibt. Man träumt irgendwie von Work-Life-Balance. Das wird einem auch irgendwie eingeredet. Das hört sich ganz gut an im Employer-Branding. Wir haben Work-Life-Balance. Bei uns kannst du ins Fitnessstudio kostenlos. Am besten wenig Arbeit, viel Freizeit. Das wünscht man sich. Und diese Luftschlösser, die baut man sich. Die werden größer und größer, wenn man sich vorstellt, selbstständig zu sein. Also beginnt man, diese Selbstständigkeit wie eine Reise zu betrachten. Wie eine kleine, schöne Reise. Ist ja ein Abenteuer. Wie als würde man von einem Urlaubsort in den nächsten fliegen. Nur mit dem Problem, dass dein Koffer bereits voll ist mit Sachen für den Sommerurlaub. Badesachen, Sonnencreme, Sonnenhut, Flipflops und so weiter und so fort. Damit rechnet man. Man fährt ja in den Urlaub. Du fährst allerdings nicht an den Strand, sondern in die Wildnis. Da brauchst du eine Axt, ein Seil, eine Plane, gutes Schuhwerk und allerhand Kram, der dir dabei hilft zu überleben. Doch in deinen bereits vollgepackten Koffer passt einfach nichts mehr rein. Und so gehst du in Shorts und Sonnenhut auf die Pirsch und nächtigst dann unter deinem Saunahandtuch irgendwo im Gebüsch. Ist nicht so toll. Fühlt sich bestimmt auch nicht toll an. Und mit der Selbstständigkeit ist es ganz genau so. Nur, dass dein Leben eben dieser Koffer ist, der mit allerhand Kram vollgestopft ist, der dich auffällt, blockiert oder sogar schadet. Das können alle möglichen Dinge sein. Viele reden da von innere Kindarbeit und so weiter. Aber es ist einfach die volle Bandbreite. Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Meinungen, Perspektiven. Auch so diese Positionen, an denen man sich so festklammern und verteidigt. So muss das sein und nicht anders. Diese Social Justice Warrior, die kann ich nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Hoffentlich sehe ich sie auch nicht mehr und höre sie nie wieder. Alte Traumata, unverarbeiteter Gräuel natürlich auch. Etwas, das man mit sich rumträgt. Es ist einen selbst nur vergiftet. Auch ein toxisches Umfeld und ungesunde Lebensweise. Es gibt so viele Baustellen, an die man gehen könnte. Nicht alles davon muss natürlich bei dir zutreffen. Aber sicherlich, wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du dich hin und wieder bei dem einen oder anderen Punkt auch angesprochen fühlen. Und das ist gut. Das ist gut. Es ist wichtig, dort hinzuschauen. Man hat dieselben Gewohnheiten und begreift sich irgendwie als fertige Person, wenn man nicht besonders diesen Blick darauf hat, was man eigentlich auch umsetzen kann und umsetzen soll und welche Dinge einem wirklich helfen. Aber viele denken eben, so bin ich eben. Du kannst mich nicht verändern. Ich bleibe so, wie ich bin. Solche Menschen freuen sich auch über Geburtstagskarten mit der Ausschrift Bleib so, wie du bist. Naja, dabei ist genau das ja auch das Problem. Das funktioniert so nicht. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört. Wenn du nicht bereit bist, aber für deine Selbstständigkeit Platz zu schaffen, im Sinne von alte Gewohnheiten weg und alte Verhaltensweisen weg, dann wird die Abenteuerreise eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Zum Bergsteigen braucht es eben Stiefel, keine Flipflops. Ich werde dir jetzt nicht sagen, was du verändern sollst. Das steht mir auch gar nicht zu. Wie gesagt, ich will hier kein Guru sein. Das musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Wenn jeder von uns aber auch sein Gewissen hört, dann hört man meist dieselben Dinge. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Entferne Zeitfresser, mach ein bisschen mehr Sport, achte auf deinen Tagesablauf, mach den Kalender, sei pünktlich, zuverlässig, ordentlich, werde immer besser in deiner Arbeit, sag öfter Nein zu Ablenkungen, kultiviere meinetwegen auch ein gesundes Umfeld und konzentrier dich am besten auf das, was du dir schon immer erträumt hast. Ziele, Visionen, dein innerer Kompass hat ja schon oft genug diese Tipps zugerufen. Doch mit der Zeit, wenn man halt nicht hinhört, dann wird diese Stimme immer leiser und irgendwann mal verstummt sie. Und dann hört man nur noch darauf, was einem drumherum alle sagen. Dein Gewissen sagt dir aber auch, was in deiner Selbstständigkeit zu tun ist. Deswegen braucht man auch einen guten Draht zu dieser Intuition. Nur die Frage ist, ob du wirklich auf deinen Gewissen, Schrägstrich, Intuition hören willst oder dein Unternehmen nur so nebenbei machst, um ein paar extra Kröten zu verdienen. Weißt du, in meinen Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern natürlich auch, fiel mir irgendwann eine ganz besondere Sache auf. Und zwar, dass viele wirklich, wirklich daran interessiert sind, irgendwann von der Kunst zu leben. Dabei wissen einfach viele nicht, dass dieser langfristige Erfolg nicht abhängig ist von den Techniken, von irgendeinem Facebook-Werbe, irgendeiner Kampagne oder sowas oder irgendeinem tollen Hack auf Instagram, sondern dieser langfristige Erfolg ist proportional zu deiner persönlichen Entwicklung. Das wissen halt die meisten einfach nicht. Da wollen sie auch gar nicht besonders zuhören, sondern sie wollen Schritt für Schritt alles ganz genau so vorgekaut bekommen. Natürlich haben wir diese 52 Lektionen, lange Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei uns in der Kunstschmiede-Akademie. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele, viele Dinge, die einfach jetzt völlig random passieren können, völlig zufällig passieren können. Und dann ist es eben diese Person selbst, die Entscheidungen treffen muss, die Entscheidungen trifft, um dann auch langfristig ein gewisses Ziel zu verfolgen. Je harmonischer aber dein Innenleben ist, umso harmonischer wird auch deine Realität sein und auch die Ergebnisse, die daraus als Ergebnisse hervorgehen. Wir versuchen, Ergebnisse zu erzwingen. Dabei sind wir die Baustelle, die wir als erstes uns anschauen dürfen. Und wenn diese Baustelle aufgeräumt ist, dann wird natürlich auch das Ergebnis besser. Deswegen sind wir die Baustelle, nicht die Ergebnisse. Aber es ist halt einfach für viele Menschen ein unangenehmes Thema. Das ist auch sehr privat. Da geht man sehr, sehr tief in sich rein und man möchte stattdessen ein paar Handgriffe hier, ein paar Handgriffe da und man erwartet ein Wunder. Doch das Wunder schafft der Magier, der den Zauberstab in der Hand hält, nicht der Zauberstab selbst. Man kann sich natürlich bereits als Magier sehen. Dazu gehört eben aber auch der Wille, sich weiterzuentwickeln und auch in diese Rolle reinzuwachsen. Und Wachstum bedeutet auch manchmal Schmerz. Manchmal bedeutet Wachstum auch, das Ego hinter sich zu lassen und demütig sich dem Prozess hinzugeben. Sehr schmerzhaft. Wenn man glaubt, alles zu wissen. Wenn man glaubt, dass die Bildung, die man bisher hatte, einem die Wahrheit vermittelt hat. Wenn man glaubt, dass alles, was einem die Professoren, die Kunsthistoriker, die Galeristen so erzählen. Wenn man auf einmal entdeckt, hoppla, vielleicht ist das alles doch nicht so wahr. Und sehr oft bedeutet das eben auch, endlos scheinende Ansammlungen von Misserfolgen dann auch damit klar zu kommen. Bis irgendwann tatsächlich etwas glückt. Und das ist eben genau der Spaß dabei. Diese Misserfolge auf dem Weg zum Glück sind nicht nur Meilensteine, sondern eben Schleifsteine, an denen du deiner Persönlichkeit auch mehr Profil und Kanten und Ecken verschaffst. Ja, also betonst du das, was dich ausmacht und schleifst eben das weg, was dir nicht nützt. Denn nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Und in meinen Gesprächen auch mit Akademiemitgliedern und Bewerbern stelle ich deshalb gerne auch gezielt Fragen, um einfach einen besseren Überblick zu bekommen. Da gibt es so die typischen Fragen so, wie sieht es da mit deiner Kunst aus und dies und das und hast du schon verkauft und mit welchen Preisen, welche Erfahrungen hattest du mit deinen Kunden und so weiter und so fort. Aber dann kommt es auch hin und wieder dazu, dass ich andere Fragen stelle. Zum Beispiel, wie lange hast du gestern gemalt? Welche Künstler haben dich beeinflusst? Welche Bücher oder Seminare haben dir besonders geholfen? Was genau ist deine Vision? Wenn du auf diese Fragen keine Antworten hast, bist du ein Amateur, der sich Luftschlösser baut, statt sich der Realität eines Anfängers zu stellen. Viele wollen Profis sein und wollen schon Experten sein, ohne überhaupt die Stadien des Anfängertums zu durchlaufen. Ohne Substanz wird dieses Luftschlösschen beim nächsten Windstoß in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Es wird unangenehm. Ich sollte mehr tun, denkst du dir in dem Fall, was auch gut ist. Und du nimmst es dir wirklich vor, professionell an die Sache ranzugehen. Du schmiedest Pläne, du startest dein eigenes Bullet Journal, mal ist es schön aus und deine nächste Leinwand steht bereit. Noch mal einen motivierenden Song rein und dann kommt der Sommer. Dann kommt der Sommer. Und da werden wir wieder bei deinem Koffer. Deine Sonne scheint so schön, die Sonne scheint so schön, denkst du dir, eine Auszeit wäre jetzt gut, denkst du dir, während deine Kunstverkäufe Detailfahrt machen. Raus und ablenken, denn der Sommer ist da und kommt bestimmt nie wieder. Vielleicht küsst mich am See unter dem Sonnenschirm die Muse, sodass ich endlich meiner überschäumenden Genialität Ausdruck verleihen kann. Das denkst du. Weißt du eigentlich, dass der Sommer dir zeigt, ob du es wirklich willst, wirklich willst oder ob du mit deinen leeren Versprechungen auf deinen Träumen rumtrampelst, bis du sie schließlich vollkommen vergisst? Weißt du, es kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Bei mir hat es auch Jahre gedauert, bis ich damit überhaupt irgendein Fünkchen Geld verdienen konnte, bevor ich überhaupt Erfolge sehen konnte. Hat es erst mal sechs Jahre lang gedauert? Ja, wie gesagt, das kann Wochen, Monate, Jahre dauern, bis du in Anführungszeichen ankommst. Man kommt nie an. Aber was macht den Unterschied aus? Was macht den Unterschied aus, wenn du ein bisschen länger daran arbeitest? Ist das schlimm? Na ja, dann holt man sich eben den zweiten Job, damit man weiterhin das Ziel verfolgen kann. Oder geht es dir nur darum, schnell nebenbei ein bisschen Kohle zu verdienen? Bist du bereits diese, bist du bereit überhaupt Opfer für diese, für diesen Traum in irgendeiner Art und Weise zu leisten? Oder ziehst du vorher den Schwanz ein, weil es unangenehm wird? Oder beim nächsten Mal, wenn du mal wieder etwas entdeckst, das du nicht sofort verstehst oder kannst und völlig resignierst, ne? Typische Themen, Newsletter, oh Gott, kann ich nicht. Website, oh Gott, kann ich nicht. Instagram, oh Gott, kann ich nicht. Als wäre es irgendwie irgendwie Physik, irgendwie ein Physikstudium. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Niemand wird mit Online-Marketing-Skills geboren. Man lernt sie, wenn es wichtig genug ist. Und wenn es wichtig genug für dich ist, dann wirst du auch die nötigen Fähigkeiten dir aneignen können. Oder siehst du dich als fertigen Menschen, der nichts dazu lernen kann? Sagst du dir auch manchmal, ich bin kein Autor. Kann ich schreiben? Ich bin Künstler. Ich bin kein Autor. Statt einfach mal Google zu fragen, wie man Geschichten schreibt. Bist du auch so stolz darauf, zerstreut zu sein? Nimmst du dir Dinge vor und machst dann etwas komplett anderes? Springst vor und zurück, statt stetig nach vorne zu gehen? Probierst du viel aus und kannst dich nicht entscheiden? Nimmst du dir viel vor und lässt dich von deinen Emotionen ablenken? Ja, dann wird es Zeit für die Basics. Mach dir einen scheiß Kalender. Ja, schaff Routinen, Abläufe und Dinge, die wirklich wichtig sind. Und renn dich immer ziellos durch die Gegend und wundere dich nicht, dass die Dinge nicht funktionieren. Darauf zu hoffen, dass sich jemand entdeckt, so funktioniert das nicht. Und dann halt daran fest an genau diesen Routinen. Klein anfangen, aber bitte halte dich daran. Wenn du dir einen Kalender machst, einen Wochenplan, dann halte dich daran. Wenn man sich Routinen, Abläufe und Termine nämlich ausschreibt, dann ist es einfacher, das Wesentliche dann auch zu entdecken und natürlich auch die Möglichkeiten zu sehen, wie man das verbessern und schließlich auch aufbauen kann, wie man darauf auch aufbauen kann. Und diese Systematisierung ist in irgendeiner Art und Weise, ich weiß nicht wieso, den meisten Kreativen irgendwie ein Dorn im Auge. Es wird ihnen irgendwie eingeredet, dass Kreative nicht systematisch denken können. Dabei muss ich dir sagen, dass die meisten Kreativen halt einfach in der Werbebranche landen und das ist sehr systematisiert. Aber genauso können wir den Bogen schlagen zu dir. Ich meine, deine Techniken, die hast du auch Schritt für Schritt gelernt. Schritt für Schritt und hast nicht irgendwie angefangen zu konstruieren, ohne vorher Perspektive gelernt zu haben. Nochmal, alle wirklich wichtigen Abläufe sollten systematisiert werden. Systeme für Social Media Posts, Systeme für Newsletter Marketing, Systeme für Kundenbindung, Systeme für Verkaufsgespräche. Da gibt es Verkaufsskripts. Ja, das ist ja, die besten Verkäufer haben ein Skript. Die machen das nicht einfach ad hoc. All diese Systeme lernst du natürlich auch bei uns in der Kunstschmiede Akademie, wenn du nicht weiterhin ziellos sein möchtest. Aber sei mir nicht böse, ich muss dir an der Stelle nochmal kurz ehrlich sein, weil das ist so für mich auch die Möglichkeit bei Mindset-Themen so ein bisschen ehrlich zu sein. Ohne Systeme bleibst du ein hungernder Künstler. Die meisten Menschen leben irgendwie in den Tag hinein, weil es ihnen auch nicht anders beigebracht wird. Sie können auch in den meisten Fällen gar nichts dazu oder dafür gehen dann zur Arbeit und erledigen ihr Zeug, kommen nach Hause, machen das Notwendigste, versinken dann in Ablenkungen und schlafen ein und am nächsten Tag dasselbe. Ich möchte dafür niemanden be- oder verurteilen, aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass man einfach nur so in den Tag hinein lebt und weiß, man könnte etwas verändern, dann liegt es an einem wirklich etwas zu verändern. Das finde ich dann nicht mehr so toll, wenn man weiß, dass es etwas gibt, das man verändern sollte. Weil weißt du, es gibt immer wieder so Leute, die davon sprechen, dass sie irgendwie zehn Jahre Erfahrung haben. Nach zehn Jahren spricht man dann so voller Stolz davon, dass man zehn Jahre Erfahrung in XYZ hat. Die Frage ist aber, ob man währenddessen besser geworden ist oder fortlaufend dieselben dummen Fehler begeht. Einfach aus dem Grund, weil man es nicht für notwendig gefunden hat, genau zu beobachten, was man den ganzen Tag macht. Man geht da irgendwie in die Sache rein und hofft, dass das Beste dabei rauskommt. Einfach zerstreut zu sein, scheint so ein Ding zu sein, worauf irgendwie Künstler, vor allem Künstler stolz sind. Aber gerade im kreativen Bereich sehe ich das umso mehr. Aber dieser Stolz auf Inkompetenz ist keine gute Sache. Es wird ein sicherer Untergang sein, wenn du das nicht im Blick behältst. Zerstreutheit bedeutet eben auch, dass man nicht definitiv ist in dem, was man sich vornimmt. In dem, was man sich vornimmt und schließlich auch umsetzt. Mit Systemen allerdings schafft man sich ein Umfeld, in dem Erfolg dann auch zur logischen Konsequenz wird, weil man die einzelnen Schritte kennt und diese einfach systematisch abarbeitet. Kennst du den Spruch, wenn du das machst, was du liebst, dann wirst du nie wieder arbeiten? Ja, den kannst du gleich wieder vergessen. Ja, du wirst die meiste Zeit Aufgaben erledigen und auch Aufgaben treffen, die dir überhaupt gar keinen Spaß machen werden. Ja, da heißt es einfach Zähne zusammenbeißen, hinsetzen und fokussieren. Wie kann dir alles Spaß machen? Das kann ja nicht funktionieren, wenn du besser werden möchtest. Gibt es halt einfach Dinge, die nicht so viel Spaß machen. Jeder, der irgendwie Profi ist in dem Bereich, in dem er sich das ausgesucht hat, wird ständig auf Dinge treffen, auch innerhalb des eigenen Themas, die einem nicht so viel Freude bereiten, die aber notwendig sind, damit man besser wird. Und sich selbst zu überwinden ist dann genau der Mehrwert, das, was man für sich selber rausziehen kann. Das ist eigentlich der Nutzen für einen selbst, sich selbst zu überwinden. Und dann macht man eben genau diese Aufgaben immer und immer wieder, so lange bis es fertig ist. Manchmal hat man wenig Schlaf, manchmal hat man Sorgen und Ängste, manchmal ist man wütend, manchmal ist man traurig, manchmal will man alles hinschmeißen, manchmal, manchmal, manchmal. Es gibt immer etwas, das nicht optimal läuft. Doch wenn es mal nicht so optimal läuft, zeigt sich eben, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Diese Herausforderungen sind da, um dir der Lehrer zu sein, der dich auch zum Erfolg führt. Jemand, der dich an deine Grenzen bringt und Erfolg zum täglichen Modus macht. Es tut weh, es ist unangenehm und es ist auch anstrengend. Ja, gut, gut. Das wissen wir alle. Aber lass mich dir eins sagen. Es wird niemand kommen, um dich zu retten. Und das ist eine gute Sache, wenn man die Herausforderung annimmt und arbeitet, seine eigene Selbstwirksamkeit dadurch auch entdeckt und einfach sagt, ich nehme das selbst in die Hand. Jedes Mal, wenn du wieder allein in deinem Atelier sitzt und niemand versteht, warum du all das machst, statt etwas Vernünftiges zu machen, brauchst du eben Rückgrat, um nicht aufzugeben. Es bleibt dir anderes übrig. Träume begraben, ist das wirklich eine Alternative? Ja, du wirst auf jeden Fall, viel, viel Zeit alleine verbringen müssen. Weil, ich zeig's dir so, wie es ist, wirklich geniale Arbeit entsteht meist aus der oder in der Isolation, ohne fremde Einflüsse, damit eben auch dein authentischer Ausdruck deiner Seele nach außen treten kann. So beschreibe ich das gerne, wenn ich mir über Kunst spreche. Damit aber aus diesem ganzen Alleinsein keine depressive Einsamkeit wird, wozu natürlich viele Künstler leider neigen, haben wir eben auch die Kunstschmiede Akademie Community gegründet, die ist Teil der Akademie, damit Künstler und Künstlerinnen wie du sich mit über 200 anderen Künstlern und Künstlerinnen vernetzen und austauschen können. Wer weiß, wer weiß, vielleicht ist ja auch jemand bei dir in der Nähe, der in der Kunstschmiede Akademie ist, da kann man sich dann auch ein bisschen austauschen. Da bist du ganz sicher gut aufgehoben, wenn du bisher keine Kontakte zu anderen Künstlern und Künstlerinnen knüpfen konntest, die ebenfalls am Verkauf interessiert sind. Ich kenne ja diese Gespräche. Kunstverkaufen und Marketing, das ist was für Kleingeistiges, Kunstgewerbe und so weiter, habe ich schon oft genug gehört. Deswegen vielleicht ist das was für dich. Man kann sich auch austauschen dort und auch sich gegenseitig unterstützen, wenn schwierige Zeiten aufkommen und aber auch gegenseitig bejubeln, wenn Erfolge reinregnen. Das ist uns persönlich und mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, damit man gemeinsam auch eine Richtung hat und sich gegenseitig auch unterstützt. Abschließend möchte ich noch auf etwas eingehen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar deine privaten Baustellen multiplizieren sich in deinem Geschäft. Das ist sowas von wahr. Das hat mir damals ein Mentor von mir gesagt und ich habe es nicht glauben wollen. Und dann habe ich mich nur auf die Arbeit konzentriert und das war natürlich nicht so hilfreich. Die wichtigste Aufgabe als Selbstständiger und Selbstständige ist die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Du schmiedest deine Persönlichkeit mit jeder Emotion, mit jedem Gedanken, mit jeder Tat. Was du tust, jeden Tag sag dir selbst und deinem Selbstbild, wer du bist. Das ist ganz wichtig zu sehen, dass du mit allem, was du tust, dein Selbstbild schärfst. Wenn du dich traust, genau hinzusehen, wirst du auch dann jede Menge kleine Baustellen entdecken, die deine Aufmerksamkeit brauchen. Also Körper, Geist, Seele, Familie, Karriere, Finanzen und so weiter. Und da setzen wir an. Weil Probleme im familiären Umfeld werden sich im beruflichen einfach nur multiplizieren. Deswegen lass mich dir hier einen kleinen Rat mitgeben. Bitte beginn alles in deinem Leben als Teil deiner Arbeit zu sehen. Alles ist Arbeit, weil es dich zu deinem idealen Ziel führt. Es gibt keine Work-Life-Balance. Es ist alles Arbeit. Mit den Kindern spielen, Ordnung halten, Sport machen, Dokumente abheften, Content schreiben, Kunstbücher lesen, Urlaub essen. Nur mit einer positiven Konnotation. Du siehst wahrscheinlich Arbeit als etwas Negatives. Ich sehe Arbeit als etwas sehr, sehr Positives. Etwas, das erstrebsam ist. Etwas, das tugendhaft ist. All das trägt dazu bei, dass deine Selbstständigkeit flüssiger und profitabler läuft, wenn du alles als integrativen Teil deiner Arbeit siehst, auf dem Weg zu deiner Vision. Manager, die angeben, 70 Stunden die Woche zu arbeiten, zählen übrigens auch ihre regelmäßigen Massagen- und Fitnessstudio-Besuche mit ein. Man denkt immer, die arbeiten 100 Stunden, sitzen und den ganzen Tag rum. Ja, wie würden die denn aussehen, wenn sie nur den ganzen Tag sitzen würden? So funktioniert das nicht. Die achten auch auf ihre Ernährung, haben Berater, zum Teil auch Supervision, weil sie halt Unterstützung auch in ihrem Arbeitsbereich brauchen, emotional, spirituell und so weiter und so fort. Sich vorzustellen, wie du in deinem Atelier am Strand tolle Bilder malst und horrende Sunden dann auch verkaufst, das reicht halt einfach nicht aus. Natürlich muss man etwas dafür tun, aber ganz sicher in allen Bereichen des Lebens und hier liegt der Hund begraben. Körper, Geist, Seele, Familie, Karriere, Finanzen, Spiritualität, Materielles. Das ist eine Sache, die du in diesen Bereichen tun könntest und auch tun solltest, um hier einen besseren Zustand zu erreichen. Und das können wirklich nur ganz kleine Sachen sein in jedem Bereich. Mach da jetzt nicht so riesen Projekte draus. Was denkst du, wie schnell sich die Dinge verändern, wenn du halt die gesamten, wenn du eine gesamte Crew eines Schiffs gemeinsam in eine Richtung rudern lässt, statt nur einen Ruderer mit dem Namen Karriere zu haben, der die ganze Arbeit erledigen muss, weil alle anderen langsam verhungern, weil du ihnen keine Aufmerksamkeit schenkst. Bock auf Burnout? Ja, dann konzentrier dich gerne einfach nur auf deine Arbeit. Bock auf Erfolg? Dann konzentrier dich auf dein Leben und gib dem Ganzen eine Richtung. Betrachte dein Leben auch als Kunstwerk. Das ist auch wie in der Kunst. Wo das gesamte Kunstwerk für den Ausdruck dann auch essentiell ist und nicht nur die rechte Bildecke unten links oder unten rechts die Bildecke. Bildecke unten rechts links. Und so hat halt eben auch Fitness Einfluss auf deine Beziehungen. Deine Beziehungen Einfluss auf deine Emotionen. Emotionen Einfluss auf deine Arbeit. Deine Arbeit hat Einfluss auf dein seelisches Wohlbefinden. Das kennen wir alle. Und dein seelisches Wohlbefinden hat Einfluss auf deine Finanzen. Und das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Wenn Menschen sich wohlfühlen und erfüllt fühlen, dann kommt der Rest völlig von alleine. Aber das geht nicht einfach nur, wenn man nur Arbeit betreibt. Du bist ein Gesamtkunstwerk, das sich entsprechend seines Potenzials entfaltet. Belebe alle Anteile dieses Kunstwerks, indem du einfach aktiv in jedem Bereich Fortschritt erarbeitest. In Richtung deiner Vision. Und da ist eben auch nicht so wichtig, wie groß oder klein es ist. Mach so winzig wie möglich. Dokumentiere dann auch deine Erfolge und du wirst wirklich eine bemerkenswerte Veränderung erfahren. Denn du bist das Problem und die Lösung. Es gibt niemanden, der außerhalb deines Lebens in irgendeiner Art und Weise schuld an dem ist, wie es dir geht oder was auch immer. Sicher, wir haben alle ein Päckchen zu tragen. Jeder hat irgendwas erlebt. Aber am Ende bist du verantwortlich. Niemand wird dich retten. Niemand wird kommen. Du kannst dich retten. Und das ist schön. Kein Selbsthilfe-Hack oder 10-Schritte-Guide kann das für dich übernehmen. Du musst tun. Du musst machen. Wenn du alles als integrativen Teil deines Erfolgs siehst und in Harmonie auch miteinander bringst, dann werden diese Verkäufe, die du dir so sehnlich wünschst, auch reinsprudeln. Das kann ich dir versprechen. Ich tue es aber nicht. Keine Gewehr hier. Nee. Aber Moment mal. Wir sind ja noch nicht fertig. Wenn du dich erinnerst. Ich habe doch am Anfang von einer besonderen Technik gesprochen, mit der man sich auf Erfolg programmieren kann. So ein kleiner Spoiler vorweg. Spoiler, nicht Spoiler. Man muss schon etwas dafür tun. Also einfach auf der Couch zu sitzen und sich tolle Vision Boards zu bauen, reicht nicht aus. Man muss auch in Bewegung kommen. Man muss was tun. Und die Technik, die ich dir heute vorstellen möchte, die ist nicht von mir, leider. Leider. Sondern von einem gewissen Emile Coué. Der war französischer Apotheker, ist Franzose und war Apotheker und Begründer der modernen und bewussten Autosuggestion. Jetzt werden die ein oder anderen vielleicht schon erahnen können, was ich jetzt vorstellen werde. Coué befasste sich nämlich auch intensiv mit Hypnose und bekam irgendwann als Apotheker den Eindruck, dass ein positiver Kommentar so am Tresen, wenn die Kunden so ihre Medizin abholten, die Wirkung dieser Medizin verstärkte. Und dann hat er sich gedacht, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hat ein paar Studien gemacht und dann auch diese Lehre, die er dann verfasst hat in dem Buch veröffentlicht. Die Selbstbemeisterung, der durchbewusste Autosuggestion heißt das Buch. Habe ich so in der Form leider noch nicht gelesen, aber viele Auszüge und deswegen kann ich ein bisschen was darüber erzählen. Es gibt so zwei Grundgedanken, die so seine komplette Lehre zusammenfassen oder zumindest die Lehre durchziehen. Und zum einen ist es, erstens, jeder Gedanke ist in uns bestrebt, wirklich zu werden. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, sich seine Gedanken genauer anzusehen. Und zweitens, nicht unser Bille, sondern unsere Vorstellungskraft. Die Fähigkeit, sich etwas glauben zu machen, ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns. Wie oft kennen wir das, dass wir durch irgendeine Erfahrung blockiert sind oder wir Vorfreude haben, weil wir uns etwas vorstellen. Das ist das, was uns wirklich Energie gibt, was uns motiviert und deswegen ist Vorstellungskraft auch die Art und Weise, wie wir uns selber definieren, als welche Person, lässt eben dann gewisse Verhaltensweisen zur Folge werden. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, die Vorstellungskraft zu schulen. Und die größten Erfolge kann man laut QE mit einer ganz einfachen Übung erzielen. Und da kommen wir jetzt dazu. Was muss man dazu tun? Hör ganz genau hin. Sag dir täglich nach dem Aufstehen, kurz nach dem Aufstehen und kurz vor dem Einschlafen ungefähr 20 Mal, also halb laut, ich werde mit jedem weiteren Tag auf jede Art und Weise besser und besser. Ich werde mit jedem weiteren Tag auf jede Art und Weise besser und besser. Warum mindestens halb laut? Naja, damit der Satz über dein Gehörsinn im Unbewussten verankert wird. Und jetzt kommt mein persönlicher Hack dazu. Ich würde dir raten, diesen Satz jedes Mal dann auch zu sagen, wenn du etwas Gutes getan hast. Also meinetwegen etwas, das du weiter verstärken möchtest, eine positive Verhaltensweise, die du halt auch in der Zukunft haben möchtest. Zum Beispiel aufräumen, entspannt in der Schlange stehen, ein Kunstwerk abschließen, Wochenplanung erstellen, eine schöne Zeit mit der Familie. Dadurch bestärkst du auch laut Dr. Maxwell Malz. Dazu haben wir auch zu seinem Buch Psycho Cybernetics eine Vortragsreihe bei uns in der Ikonenschmiede Akademie mit mehreren Teilen. Die sind alle noch in der Bibliothek verfügbar für diejenigen, die jetzt in der Akademie auch neu dabei sind. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist sehr, sehr interessant. Auch zum Thema Mindset sehr, sehr wichtig. Und der hat eben gesagt, dass du dadurch genau diese positiven Verhaltensweisen bestärkst, wodurch auch dein Unterbewusstsein sich intuitiv in diese positiven Zielbilder führt. Das ist wie ein Zielsuchmechanismus. Und wenn man sich ständig negative Dinge vorstellt, dann wird man in ähnliche oder dieselben Situationen gebracht. Und gleichzeitig das Gegenteil ist natürlich auch möglich, wenn man sich positive Zielbilder formuliert und dann eben das auch noch mit Emotionen verbindet. Er sagt nämlich auch, also dieses Vorsprechen sollte emotionslos sein. Nicht Willen irgendwie, man muss sich nicht irgendwie anstrengen währenddessen, sondern wie ein Mantra am besten. Nicht großartig drüber nachdenken. Einfach sagen und einfach so vor sich her brummeln, mummeln, murmeln, wie auch immer. Mach das mal 30 Tage und teile mir gerne deine Erfahrungen mit. Kannst mir gerne auch mal unter Instagram, auf Instagram unter attikunenschmiede mal schreiben und mir mitteilen, ob das für dich so hilfreich war. Meine Erfahrungen hiermit sind auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also abschließend nochmal zusammengefasst hier das Ganze. Wenn du keine Angst mehr davon haben möchtest, dich als Künstler oder Künstlerin zu zeigen, dann empfehle ich dir, dich als Profi zu sehen und in diese Rolle reinzuwachsen. Wie würde ein Profi handeln? Wie würde ein Profi denken? Tu es. Gönn dir Professionalität. Es tut dir gut und es ist schön. Stell dir die Frage, wie so ein Profi sein würde. Du kannst ja auch mal so eine Biografie von Menschen lesen, die du auch bewunderst. So kannst du dich auch in deren Modus so ein bisschen reinfühlen und die Dinge dir rauspicken, die für dich halt interessant sind. Ich würde generell einfach raten, lieb nach deinem eigenen Credo. Versuch dich nicht irgendwie großartig anzupassen. Mach einfach dein eigenes Ding und dazu gehört eben auch zu schauen, wer hat sein eigenes Ding auch toll gemacht? Wer hat vielleicht etwas zu sagen, was einem vielleicht weiterhilft und da dann bewusst eben genau nach diesen Leuten zu suchen. Schaff Platz in deinem Koffer für nützliche Dinge, auch wenn du in die Berge fährst, jetzt metaphorisch gesprochen, lass gerne auch alten Ballast zurück und nimm nützliches Equipment mit. Vielleicht eine kleine Metapher, die dir hilft, auch diese Arbeit als an der Persönlichkeit, während man selbstständig ist, dann auch zu rechtfertigen und da einen gewissen Sinn auch dahinter zu sehen. Betrachte dich bitte auch nicht als fertige oder abgeschlossene Person. Das ist einfach schlichtweg falsch, denn als Profi musst du anpassungsfähig sein und neue Dinge lernen. Sei definitiv in deinen Entscheidungen. Folge deinem inneren Kompass und Gewissen auch, deinem eigenen Credo. Werde aktiv und betrachte dein Leben bitte als Gesamtkunstwerk. Und da ist das ganze Kunstwerk auch wichtig, nicht nur die Ecke unten rechts, sondern das gesamte Kunstwerk. Und da ist eben auch wichtig, dass man diese ganzen Teile in Harmonie miteinander bringt. Die Harmonie zwischen den einzelnen Teilen zu schaffen, ist hier dann eben auch entscheidend. Und dann wirst du auch die Möglichkeit haben, dein Unternehmen in ein gesundes Wachstum zu führen. In dem Sinne, ich hoffe, das war hilfreich für dich heute. Ich wünsche dir viel Spaß mit der besonderen Technik. Wenn dieser Podcast für dich heute hilfreich war und interessant war, dann hinterlass mir gerne auch mal Feedback bei Instagram unter Eddie Kohnenschmiede. Ich freue mich immer über Feedback. Dann kann ich auch besser einschätzen, welche Inhalte wirklich interessant für dich sind. Und ich wünsche dir mit diesen letzten Worten den Erfolg, den du dir wünschst. Und wir hören uns in zwei Wochen in der nächsten Episode. Bis dann. Und wir hören uns in zwei Wochen.